Heiße Doktor, da! Ist das eine moderne Interpretation von Thor-Spaulermann? Flugkampfer und Sperma, meinst du? Die Zeiten sind ja mittlerweile nur auch wieder längst vorbei. Nee, aber gut, ich finde das ganz interessant, weil... Was wissen wir auch, wie das Blöse war? Da schreibe ich nun, ich armer Thor! Ich bin so klug, als viel zuvor! Man sehnt sich nach des Lebensbechen ab, nach der Lebensquelle hin. Mich drängt, den Grundtext aufzuschlagen. Geschrieben steht, im Anfang war der Sinn. Ja, das hätte sich der Regisseur auch mal überlegt. Ist es der Sinn, der alles wirkt und schafft? Es sollte stehen, im Anfang war die Kraft. Einer von uns beiden muss diese Zelle meint. Verweide doch, du bist so schön. Das wird vollenden dich, wenn du lügst. Zur Hölle senden! Den Weg dahin, wüst allenfalls zu finden. Du musst mir die Irre schatschen. Nun, welche? Sie gehen just vorbei. Da! Ha! 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 Wie anders, Gretchen, war dir's, als du noch von Unschuld hier zum Altar trafst. Unsinnig war's! Leichtsinnig war's! Leichtsinnig zu versprechen! Wenn, du hast die Selle nicht bedacht, wohin uns deine Künstler führt. Ich sprengst dich anzuschauen. Dann magst du mich in Fesseln schlagen, dann will ich gern zugrunde gehen. Mit Narren sich beladen. Das kommt zuletzt, den Teufel selbst zu schlagen. Der zu schlagen. Unschuld Aujourdung. Wie dette muss ich beim St希望!